TRUMP So leicht ist das Und ich bin einfach nicht drauf gekommen Weil ich einfach zu doof dazu bin Damn it Ja, ja, ist okay Ja, du kriegst die Magieflasche Ja, okay Ja, okay Ich sollte aufhören So behindert zu sein Okay, nice Jetzt lebt der Typ Nämlich wieder in der Gegenwart Und wir können mit ihm reden Und er gibt uns den Schlüssel Zu der Fabrik oder was das war Nee, zu der Bibliothek, genau Dann können wir da reingehen Und uns den Zauberstaub besorgen Und dann die Fee heilen Und die lässt das Wasser wieder normal werden Ja, ist okay Ja, mach ich Danke für den Schlüssel Perfekt Ja Oh, lass die immer alle so viel labern Ja, wir müssen Und ich hab's nochmal angeklickt Auch bin ich ein Held Und ja, im Jabu Jabu's Bauch ist dann der Siebte Palast Den wir dann auch machen werden Weil wir cool sind So, hier Backporten Oder, ja, Backporten Äh, in die Vergangenheit Porten Aufmachen Wieder in die Gegenwart Und hinein Und hier oben Kriegen wir jetzt erstmal ein Siegelbuch Genau Nein, damn it Und Jetzt können wir wieder in die Gegenwart Äh, Vergangenheit Alter Und Hier jetzt hin Und das Siegelbuch platzieren Äh, ja Ja, danke So Vier Zwei Zwei Eins Zwei Drei Vier Eins Zwei Eins Zwei Und da sind wir Zwei hoch Ein links Zwei hoch Ein rechts Ein hoch Zwei hoch Ein links Zwei hoch Ein rechts Ein hoch Zwei nach links Ein hoch Und zwei nach Äh, drei nach links Zwei Eins und drei Zack Runter Drei links Hoch Drei links Runter Drei links Hoch Drei links Runter Ein rechts Öh, zwei runter Oder runter Rechts Zwei runter Zwei links Drei runter Runter Ein rechts Zwei runter Zwei links Und drei runter Rechts Runter Rechts Rechts Hoch Rechts, runter. So, zwei rechts, ein hoch. Ein rechts, ein hoch. Zwei rechts, ein hoch. Ein rechts, ein hoch und zwei rechts. Und schon sind wir da, genau. Wir kriegen die... das Feenpulver oder was das war. Und das können wir jetzt der Feen hier in der Vergangenheit geben. Oh yeah. Und dadurch, ja, wird das Wasser halt nicht mehr beschmutzt. Und wir können in Jabu Jabus Bauch in der Gegenwart, weil er da erst ausgewachsen ist. Dadurch, dass das Wasser hier drin nicht mehr verschmutzt ist, ist es in der Gegenwart nämlich auch nicht mehr verschmutzt, ist ja klar. Er gibt irgendwie Sinn, ne? Und... Ah. Ist halt perfekt für uns. Ist okay. Sorry, ich spüre das vor, weil es einfach so Ewigkeiten dauert, das... ja... wirken zu lassen. Mal gucken, wo wir in der Karte noch nicht waren. Da rechts. Ach, das kriegen wir alles noch später hin. Was ist denn hier oben eigentlich? Achso, ja, gut, klar. Da ist irgend so ein Fuzzi. Okay. 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 Ja, wir gehen jetzt auf jede... Äh, auf... Auf jeden. Ja, auf jeden. Auf jeden Fall in die... Gegenwart. Und... gleich in Jabu Jabus Bauch. Ach, nee, wir müssen ja erstmal noch zum König in der Gegenwart, damit der uns den Bauch öffnen... Damit wir dann überhaupt da rein können. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ein wenig vielleicht. Dank dir, ja... Okay. Ja. Hm. Warte, was? Du darfst nur Jabu Jabu... Äh, Jabu Jabu sehen. Okay. Nice. Sechs Minuten aufgenommen. Geht klar. Diesmal werde ich den Part nicht 30 Minuten halten. Naja, okay, der letzte Part war wahrscheinlich auch nicht 30 Minuten, sondern die letzten beiden Parts halt. Ich hab die wahrscheinlich gesplittet. Ich bin mir nur noch nicht sicher. Ich hab's nämlich noch nicht gerendert. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her, seit ich das aufgenommen hab. Aber ich war irgendwie... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie hab ich's noch nicht gerendert, weil ich... Weiß ich nicht. Einfach keine Lust hatte oder so. Ähm. Okay, wir müssen... So machen. Nein, das war dumm. Natürlich ganz hier oben hochstellen. Richtig. Da müssen wir hier rum. Das so machen. Und das so machen. Dann kommt hier ein Schlüssel. Genau. Äh, und den Rest vom Palast weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich hier nicht wirklich viel mit dem Schwert arbeiten können. Damn. Okay. Da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Stimmt. Dann gucken wir erstmal oben lang. Töten, töten. Herz nehmen. Ach genau, wir können hier auch nichts wegschieben, solange das hier noch unter Wasser ist. Also, wir können hier nicht wirklich was machen. Unter Wasser. Müssen halt warten, bis wir das... Ja. Ich sag mal, aua. Bis wir das hier halt normal gemacht haben. Hier können wir immer mal rein. Vor allem so ein fetter Palast und das nur in dem Bauch von einem Baal. Okay, ergibt doch schon ein bisschen Sinn. Nicht unbedingt viel, aber ein wenig. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr schon, was es hier für ein Item gibt. Vielleicht. Wie gesagt. Vielleicht. Ja, wir gehen dann erstmal da hinten rechts lang. Gucken, was hier so ist. Ja, toll, sowas. Aua. Das wirkt ja nicht, ne? Ne, das wirkt nicht. Okay. Die Tür kriegen wir also auch noch nicht. Aua, auf. Was ist hier unten? Okay. Ich switch das mal um, damit wir hier auch alles töten können. Ich muss mir zwar jetzt angewöhnen, das mit einem A-Knopf zu machen, aber... Wird schon hinhauen. Den Kompass gefunden. Okay. Was ist hier unten? Hier unten ist der Eingang. Gut. Da müsste links das andere sein. Ja. Okay, gut. Dann gehen wir hier hoch. Genau. Hier sind wir jetzt nämlich, äh, nicht mehr im Magen von Jabu-Jabu. Äh, beziehungsweise nicht mehr im Wasser. Ergibt doch... Ja, gut. Ein bisschen Sinn. Genau. Reicht nicht. Spätestens jetzt müsst ihr euch allen klar sein, was es hier für ein Item gibt. Wenn nicht, dann... WTF. Dann werdet ihr es sehen, wenn wir es finden. Eine Karte. Okay. Karte ist doch auch mal was Schönes. Brauchen wir zwar nicht, aber okay. Ähm, das muss dorthin. Und das... Dorthin. Oder auch nicht. Ähm, Moment. Und... So, runter. Ja, ist lecker. Wieder mega cool. Jetzt nicht mehr. Autsch. Geht die Tür dadurch nicht auf? Okay. Geht's halt nicht auf. Okay, ach, hier sind wir jetzt hier. Okay. Ich weiß nicht, was das bringt, dass wir diese Flächen da umgeändert haben. Aber okay. Stimmt, ich hab das ja auf A. Oh, damn. Gott. Ähm, oh. Monster. Da ist noch eins. Hier können wir, wie es aussieht, auch nichts machen. Oder können wir die hier... Ja, können wir. Okay, gut. Okay. Erstmal ein bisschen verarschen. Da könnten wir gleich hoch. Okay. Hier will ich erstmal von ihm die Fee haben. Ja, komm. Danke. Ähm. Jetzt hier kommen wir jetzt da hin, ne? Ja, genau. Okay. Äh, ja gut. Dann gucken wir da unten gleich erstmal weiter. Nochmal eine Fee snacken. Dann sind wir auch wieder voll. Perfekt. Na, hier will ich ja gerade nichts machen. Das wäre auch ein bisschen doof. Oh Gott. Ich hab das Fee vergessen. Verdammt. Erstmal umändern. Ey. Damn it. So. Endlich. Ich weiß nicht, ich hab mir das durch... Äh, ich glaub... Zelda... Welches war'n das? Äh. A Link to the Past, genau. Zelda A Link to the Past. Hab ich mir erst angefühlt, dass ich mein Schwert auf B mache. Sag bitte, das geht wieder auf. Sonst muss ich den ganzen Weg da hinten wieder lang rennen. Nein, es geht nicht auf. Oh, damn. Mann, oho. Oben konnten wir ja mit dem Dings lang. Mit dem Schlüssel. Und da gehen wir jetzt auch lang. Weil das ist der einzige Weg, den wir jetzt noch gehen können. Und zack. Okay. Ähm. Ach, genau. Ja, ihr könnt hier übrigens das Wasser verändern. Das ist ziemlich cool. Den Wasserfluss, sag ich mal. Oder... Die Ebenen mit Wasser vollpumpen. Oder was auch immer. Können wir auf jeden Fall alles ändern. Fee. Genau. Bam. Jetzt ist das Wasser, glaube ich, ganz oben oder ganz unten. Wir müssen das Wasser hinausströmen. Genau. Jetzt ist das Wasser nämlich ganz draußen. Das heißt, ganz unten ist auch kein Wasser mehr. Was ihr auch gleich sehen werdet. Wenn ich hier... Oh, Mann. Ich wollte kein Herz verlieren. Egal. Verdammt. Wir haben gar nicht mehr so lange, ey. Gut, dass ich vorhabe, Parts hintereinander aufzunehmen. Genau. Hier seht ihr jetzt. Ist weg. Zack. Jetzt ist das da. Ich glaube aber, unser Item reicht noch nicht so lang. Noch nicht so weit. Nein. Damn. Hätte es gereicht? Ja, hätte es sogar. Oh, damn. Oh, fuck. Ich will den Weg nicht nochmal hochrennen. Fuck. Verdammt. Egal. Können wir unten erstmal was machen. kleinen Schlüssel bekommen. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Hier ist jetzt Wasser. Perfekt. Genau. Jetzt können wir nämlich hier... ...das machen. Aber bevor wir das jetzt machen, werde ich erstmal das, äh, Item holen. Welches da war. Ähm. Ja, hier bringt uns das auch noch nicht wirklich was. Äh, wie kam ich denn da hin? Ach, ich komme nicht mehr hoch, oder? Jedenfalls nicht über den Weg. Verkackt. Verkackt? Verdammt, meine ich. Weil da ja vorher die Treppe war. Nee, warte. Ach, wir kamen... Ja, mussten ja hochschwimmen, so gesehen. Äh, hochtauchen. Egal. Dann gehen wir halt jetzt den Weg hier. Part muss ich auch gleich beenden, mache ich auch gleich. Und zwar hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein. Hey, Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na. Ja. Na. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017